Auf der rechten Seite unterhalb des Textfensters finden Sie einen Plus-Button zum Hinzufügen von weiteren leeren Textpassagen. Unser Experten-Tipp, nutzen Sie den Shortcut STRG und PLUS auf Ihrer Tastatur. Mit dem Minus-Button können Textfelder gelöscht werden. Hierbei erscheint die Abfrage, ob Sie nur das zuvor angeklickte Textfeld löschen wollen oder noch weitere. Mit OK bestätigen Sie den Vorgang.